So Freunde, willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Ich will pinkeln und es geht weiter. Ne? Ja, letzte Folge, am Ende muss ich pinkeln gehen. Naja. So. Ich hatte ja auch quasi letztes Mal erst gecheckt, als ich hier quasi fertig war. Dass wir die Düse benutzen können. Das hatte ich danach erst gesehen. Ich erinnere mich daran. War ja noch mehr? Ah, da war auch noch einer. Scheiße. Ach, da auch noch. Wir sind durcheinander, was ich hier mache. Oh Gott. Ich bin schon ein Kerl. Ich hoffe nicht, dass da irgendwie in der Mittelplattform Dings noch was ist. So. Spawn bitte neu. Dankeschön. 14 Sekunden nur noch. Nein, noch zwei Stück. Ja, das war's. Das war's. Ich bring mich um. Tschüss. Was war das? Oh Mann, ey. Da werden wir noch für viel Rage sorgen, ne? Diese, diese, diese roten Münzen hier drin. Das ist euch hoffentlich klar. Oh Mann, ich bin doch äh. Da werden wir noch seid. Handmat Prime. Deneue. Aaaaaah! Baaaaaaaaah! Let's fight him. Wir haben noch mal eine Möglichkeit einfach zuerst da einzugehen. Ich bin durch... Ich bin schon wieder durch den Block gefallen. Meines Wissens nach stand ich da wirklich drauf und plötzlich war ich unten drunter. Boah! Ich hasse das Spiel. Ohne Scheiß. Es gibt einfach... So wie Kacke in diesem Spiel nicht richtig funktioniert. Hä? Hä? Aaaaaah! Mhhhhh! Ich bin dann gleich mal game over, ne? Ich freue mich schon. Boah, was ist das denn eh? Ey, wisst ihr, das Schlimme ist, ist erstens versuch wieder der beste Wahl. Kannst du echt wieder nicht... Kann echt für nicht wahr sein. Jetzt hol dir das Ding doch, Mario, alter! Boah, Junge, du machst mich sauer manchmal, ne? Boah, Junge, du machst mich sauer manchmal, ne? Irgendwohin. Jetzt schaffe ich es einfach nicht, weil genau die Dinger unter mir immer verschwinden. Ey, das Timing ist einfach komplett weg. Ich hasse es. Oh, 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 oh. Warum geht es eigentlich heutzutage in Spielen immer noch game over? Herausforderung. Pfff. Ich kann doch genau da nicht weitermachen. Es ist einfach nur Zeit, die jetzt davon geht, weil ich da wieder ganz hinlaufen muss. mehr Fortschritt ist das nicht, jeder verschwindet so. Es ist einfach nur eine Zeit in die Länge strecken. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Buh, Buh. Buh, 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 Buh. So, ja. Schiess deine scheiß Granaten. Gucken wir mal daneben, ne? Ne, unterschauen wir. Fehl' mir immer noch die, äh, von der Münze, ne? Ich habe übrigens nicht danach geguckt, wie man die bekommt, so am besten. Müsse irgendwie anders, keine Ahnung, mach' ich nicht. Mach' ich wann anders, ey. Hier unter Münzen bekommen wir ja, wir sind doch bekloppt bei Aber fällt mir ein, das war doch der Trick, den ich eigentlich machen wollte mit den Kugelwillis Weil man da ja relativ viel Münzen bekommt Naja Muss ich mir nochmal genauer überlegen Ah, ich kann mal eben neue Power holen hier Ich hab mich am Arsch, ey Nur zwei Münzen muss ich echt da hinten hin, ne? Leute, was ist das denn jetzt passiert? Eine Das heißt, ich hab vorhin eine vergessen Oh nö, jetzt muss ich auch noch warten Oh Ich musste warten Ich musste warten Ich hatte keine andere Chance in diesem Scheißspiel Oh Ist doch schlecht Ist doch schlecht Das ist ja genau so eine knappe Kackscheiße wie vorhin, ey Ja, genau Ganz genau das Nichts anderes, Mario Du dummer Inkompetenter Klempner, ey Was denn? Mario! Oh, was ist das denn? Boah, diese Steuerhöhung in diesem Spiel Ist aber kompletter Ranz, ne? Ich hasse sie Wie die Pest Oh Alter Kann dieser Klempner eigentlich Irgendwas in diesem Spiel Boah, ich hasse ihn Ist das eine Scheiße, ey? Spring darauf, geh Dummer Fettsack, ey Boah, Mario Was auch immer hier gerade viel passiert, ey Langsam mal zu holen Boah, diese komische invertierte Störung Wenn man rückwärts die Diesel benutzt, ne? Oh, das kann nicht wahr sein Oh, ich spring doch schon, ey Ach, alter Verflucht Mach das keinen Spaß, ey Das ist unglaublich, ey Ja, hab ich nur ein, zwei Versuche, ey Ist das schlecht? Welcher voll Spacken Mein Nintendo 3 immer die Idee hatte Diese roten Münzen-Dinger hier noch einzubauen, ey Ja, Mario Mach hier wieder keinen Backflip, so Ist okay Hab ich nichts gegen, ey Boah Geht mir das auf den Puffer Ja, so Ich werde es niemals schaffen in diesem Scheißspiel, ey Das muss halt perfekt getimed sein What the fucking hell, ey Oh, was soll das denn? Oh, ist das scheiße Ja, letzter Versuch schon wieder, ey Oh, ich könnte brechen, ey Boah, dieses Spiel macht einfach keinen Spaß mehr Ich kann es auch echt nicht mehr sehen, ey Und wie das Weißt du, es ist einfach nur Zeitverschwendung Und nichts anderes, ey Ach ja, man kann ja nicht Wenn man eine gewisse Geschwindigkeit drauf hat Funktioniert die Büsse ja einfach nicht mehr Da war ja was Dummes Kackspiel, ey Und zum 26. Mal in dieses Level Ja, es macht Spaß Oh Geh jetzt hier erstmal hin, ey Ungelogen Das war auch wieder kompletter Ranz, ey Hat auch eine halbe Stunde gedauert Bis es da fertig war Boah Boah, geh mir aus der Sonne Ananas Das ist vielleicht der richtige Joschi, ey Kann ich mittlerweile aus, wenn ich den Ranz hier Muss ich ja Muss ich ja schon 26 Mal machen, ne Wo ist das fehlende Ding Hallo Oh, jetzt häng ich hier irgendwo fest Natürlich fängt das Ding erst irgendwo da hinten an, ja Damit ich hier die einfachen, die hier wären Auch ja nicht bekomme Schon klar Oh Gott, ne Hier jetzt rote Münzen bekommen, ey Viel Spaß, ey Ich hoffe nicht, dass da hinten irgendwo Münzen sind Weil ich hab hier jetzt keine gesehen, also Da hinten War da was? Ne, war da nicht Sollen jetzt alle anderen hier sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich glaube Ich glaube tatsächlich mal kann die hier Oder auch nicht Keine Ahnung Die kann ich aber jetzt einfach abkürzen hier Hälfte der Zeit weg Und ich habe Zwei von acht, ey Okay, never mind Jetzt hab ich die Hälfte Oh, ne Nimm sie Boah Boah, jetzt noch Ich denke mal die letzte ist da oben drauf bei dem Nein Weil da fehlt ein Schatten Ne, doch Boah First try So ein Scheißstern, ey Ich raste aus Jetzt wenn ich rutsche, der ist noch runter oder so ein Scheiß Boah, leck mich am Arsch, ey Das war schön So, jetzt bitte die Schatten Ich will das jetzt schaffen Das andere Level Dann habe ich mich alle In dieser Session quasi alle Sterne nachgeholt Die mir dann auch fehlen, ey So, genau, diese elite Sterne Kannst du jetzt schon fast nennen, ey Ich will den jetzt noch in der Folge bekommen Die werden ja auch komplett, ey Außer natürlich die Scheißen beim Münzen Zwei, nicht eins Irgendwann ist das erste Aber das ist das zweite Ja, ey Was ist denn jetzt wieder los, hier Das war jetzt irgendwie cool Piu Versuch Nummer 8 Millionen Ja Ich sterb schon, bevor ich überhaupt da bin, oder was Ist auch egal, wann ich starte hier Ui, ui, ui Lass ein Ei, ei, ei 있 Ei, ei, ei Na, das war doch mal ganz schick eigentlich. Oh mein Gott, ey, jetzt kann ich es ja eigentlich nur noch schaffen. Ja, okay. Boah, ich wollte gerade sagen, ey, nicht, dass ich da jetzt in die Schlucht falle. So. Jesus fucking Christ, ey. Boah. Boah, oh. Das hat wir jetzt auch noch geschafft, ey. Na ja, gut. Na ja, gut. Aber die Kleine haben jetzt 55? Habt ihr richtig gesehen? Ja, ne? Boah. Ist das schön, ey. Steht irgendwo, wie viel man insgesamt hat, so. 56 sogar. So, sieht halt nicht schon mal ganz schön aus. Ein bisschen weit fehlt jetzt natürlich noch, ne? Aber ist auch schon mal ein schöner Anfang, so. Oh Gott, ey. Jetzt noch rausfinden, wie man hier mitunter an so ein paar Sterne kommt. Wie zum Beispiel da unter. Oder da drin, eher gesagt. Mein Leben wäre wieder in Ordnung. Da kann ich doch wohl durch, ey. Wie komme ich da rein? Dann würde ich jetzt sagen, da so durch, ne? Aber es geht nicht. Oder da irgendwie durch. Der ist kaputt hier, oder? Genau, Mario. Dankeschön dafür. Da will ich mir mal angucken. Was ging das hier? Komme ich dabei raus? Nicht da, wo ich will, zumindest. Das war, das war cool. Ja, das Ding hängt so schief. Man muss ihn doch irgendwie kaputt machen können. Mann! Kann doch nicht sein. Ja, dann macht Mario wieder den hier. Genau. Ich bringe wieder das halbe Level. Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich den bekommen soll. Guck mal, ob ich noch mehr Sterne finde. Oder sonst was. Naja, gut, ne? Aber in der nächsten Folge können wir dann vielleicht sogar da rein. Je nachdem werde ich entweder das tun oder mir, äh, 400 Münzen sammeln in der anderen Welt. Mal schauen. Eigentlich, bleh. Weiß ich nicht. Ich kann es ja nochmal mit dem Stern probieren von, ähm. Ne? Meine Güte. Mit den Kugelwilis. Weil die Kugelwilis geben mir mal relativ viel Münzen. Ach, guck mal, da oben. Da tue ich mir mal eben. Geh mir mal relativ viel Münzen und sag, müsste ich das dann eigentlich ganz gut schaffen. Wenn ich dann noch in den, wenn ich denn in den Park kann, und mir da dann auch noch alles holen kann, dann sollte das eigentlich passen. Versuchen wir das einfach in der nächsten Folge. So. Dann sag ich jetzt mal vielen Dank fürs... Oh. Jetzt hab ich noch in den Augen verloren. Hey, 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 hey. So. Haben wir schon wieder sieben Stück. Bald wieder ein Stern. Sehr schön. So. Jetzt aber wirklich. Vielen Dank, dass wir uns im nächsten Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020